Ich habe eine Zeit lang so viel gearbeitet, dass ich nicht nur Gastritis bekommen habe, sondern es wäre demnächst ein Magengeschwür geworden, das Grundkapital für die Gründung. Dann hatte ich Glück im Unglück, ich habe einen Autounfall gehabt, an dem ich nicht schuld war. Wir sprechen heute mit dem Herr Wagner darüber, wie es möglich war, eine Firma ohne Fremdkapital von null Mitarbeiter bis über 3000 Mitarbeiter aufzubauen. Ich danke auf jeden Fall für Ihre Zeit heute. Ich würde gleich mal beginnen, damit die Zuschauer gleich Bescheid wissen, dass Sie sich bitte mal kurz vorstellen. Mein Name ist Viktor Wagner, ich habe die Raiberg Facility Services gegründet 1967 mit einem Mitarbeiter, habe selbst eigentlich alles, was man heute von Mitarbeitern verlangt, durchgeführt. Reinigung, Lohnverrechnung, Kalkulation, Anbotserstellung, Auftragannahme und vieles andere mehr. Und vielleicht zur Frage, wie das möglich ist, das Grundkapital für die Gründung war durch einen Autounfall gegeben. Ich hatte wenig Geld, ich war Angestellter in der Zentralsparkasse und habe ein damals vernünftiges Gehalt, aber kein besonders großes bekommen. Und die Mutter eines Freundes hat gesagt, ich soll doch in die Reinigung investieren. Mein Vater hat gemeint, das ist kein Geschäft. Da hat er gesagt, tu das. In Amerika ist das bereits recht umfangreich bekannt und erfolgreich. Ich flog damals über Reykjavik nach New York, bin zum österreichischen Handelsdelegierten gegangen und habe in der Sucht um Unterstützung, ich möchte was lernen. Ich hatte das große Glück, dass unser Handelsdelegierter Dr. Otto Steckelhuber gut befreundet war mit dem Vice President of National Cleaning, einem Herrn Norman Davis, der sehr oft in Österreich Skifahren war. Und ich konnte am nächsten Tag bereits zur National Cleaning, die 1967 bereits über 10.000 Mitarbeiter in Manhattan beschäftigt haben, kommen und lernen Management, Organisation und Know-how. Das heißt, Sie waren in der Firma dann angestellt damals? Nein, sondern ich war sozusagen Gast aufgrund der Beziehung des Handelsdelegierten mit dem Vice President und er hat mir zeigen lassen, was heißt Management, Organisation und Know-how in einem Reinigungsbetrieb, in einem großen Reinigungsbetrieb. Das heißt, Sie hatten die Möglichkeit, bevor Sie das selber gemacht haben, bei einer anderen Firma genau sich anzuschauen, wie sind die internen Strukturen, die Abläufe und worauf kommt es eben an? In Österreich gab es nur sehr kleine Betriebe, überwiegend Familienbetriebe und mit dem erlernten Know-how aus New York kam ich nach Österreich zurück und habe meinen Vater ersucht mit seinem Gewerbeschein. Er hatte selbst eine Reinigungsfirma mit sieben, acht Mitarbeitern beginnen zu dürfen. Dann hatte ich Glück im Unglück, ich habe einen Autounfall gehabt, an dem ich nicht schuld war und dieses Geld, das ich von der Versicherung bekommen habe, habe ich genützt als Grundkapital. Ich habe meinen uralten VW Käfer gekauft, habe eine Dachgalerie drauf montieren lassen, eine Leiter wurde drauf festgemacht und bin dann von einem Geschäft zum anderen am Ring, auf der Ringstraße gefahren und habe geklopft, habe gesagt, Grüß Gott, ein junger Unternehmer möchte ich gerne einen Auftrag haben. Ich habe mir den ersten Fensterputzer angeheuert und so habe ich begonnen. Also das heißt, wirklich von Null auf, von Tür zu Tür, kurz präsentiert, was Sie machen, was die Dienstleistung ist und anscheinend das erfolgreich umgesetzt. Sie haben ein bisschen Know-how und dieses vielleicht auch Verständnis im Hintergrund von Ihrem Vater auch zum Teil mitbekommen. Korrekt, mein Großvater hat schon 1903 eine Firma gegründet, mein Vater nach dem Krieg übernommen, aber der war eben der Meinung, dass das kein Geschäft sein wird und hat aus Vorsicht gemeint, ein pragmatisierter Beamter ist ein sicherer Job. Aber er hat ja selber ein Reinigungsunternehmen gehabt und hat dann zu Ihnen gemeint, das ist aber kein wirkliches Geschäft. Korrekt. Okay, okay. Anscheinend schon. Woher kam die Idee, das komplett ohne Fremdkapital zu machen? Die Idee ist eigentlich dadurch entstanden, dass ich kein Fremdkapital bekommen hätte. Es wäre nicht möglich gewesen, mit dem Ein-Mann-Betrieb von einer Bank Kapital zu bekommen. Und ich hatte ja das Grundkapital, es war zwar sehr gering, eben durch den Schaden beim Unfall und das war eben mein Grundkapital. Und ich habe damals Rechnungen gelegt und war sehr froh, wenn mir Kunden, Kleinkunden, zu überwiegend rasch bezahlt haben. Es ist mir manchmal damals passiert, dass wenn jemand gemerkt hat, dass ich dringend Geld brauche, dass er einen Rabatt von mir verlangt hat, was sehr unangenehm war. Die Spanne war sehr gering. Aber es war so, es gab dann eine kritische Grenze, die mich fast zum Straucheln gebracht hätte. Ich hatte Krankenkasserschulden und die Schulden bei der Krankenkasse sind immens gefährlich, denn die Krankenkasse macht dann einfach sofort einen Konkursantrag und dann war es das mit dem Unternehmertum. Und ich werde nie vergessen, ich war damals noch im Büro meiner Eltern, das war 1968, und habe einen Schreibtisch dort gehabt und habe dort eben gearbeitet und kam der Krankenkassevertreter und hat erklärt, ich habe einen bestimmten Betrag an Schulden und er verlangt von mir jetzt das Geld. Und ich habe gesagt, kann ich Ihnen einen Scheck geben? Und er hat gesagt, Hans, von Ihnen nehme ich keinen Scheck, Sie haben Schulden. Und er hat mir erklärt, wenn ich nicht innerhalb von sehr kurzer Zeit das Geld ihm bringen kann, dann macht er den Konkursantrag. Ich bin zu meiner Bank gegangen, der Zentralsparkasse, bei der ich ja auch bei der Filiale in der Wiedner Hauptstraße gearbeitet hatte, ging zum Vorstand und habe gesagt, bitte, bitte, ich möchte von bereits meinem überzogenen Konto noch einmal überziehen. Hat mir der Herr Rebitz, der damalige Vorstand, gesagt, Herr Wagner, Sie haben bei uns gearbeitet, Sie kennen die Regeln, Sie wissen, wenn die Revision kommt, bekommt er als Vorstand die größten Schwierigkeiten, wenn er eben die Regeln nicht einhält. Und er hat mir geholfen, hat mich noch einmal überziehen lassen und ich habe das Geld bekommen und konnte bei der Krankenkasse bezahlen und das war eine der gefährlichsten Hürden in meinem Unternehmertum und das wurde kein Konkursantrag eingeleitet. Das heißt, Sie waren am Anfang der Tätigkeit einmal vor der Situation, der Konkurs steht unter Anführungszeichen vor der Tür, man muss ihn irgendwie abwehren, um überhaupt weitermachen zu können. Ja, so war es, ja. Dann habe ich die erste Reinigungskraft beschäftigen können, habe den Beifahrersitz von dem Volkswagen ausgebaut, habe dort dann die erste Reinigungsmaschine gekauft, die konnte ich dann hineinstellen und bin dann von Kunde zu Kunde gefahren mit meinen zwei Mitarbeitern und habe selbst gearbeitet und nach und nach wurden es mehr. Man muss dazu sagen, ich habe auch Glück gehabt, das Jahr 1968 war ein Jahr, wo die Wirtschaft in Österreich begonnen hat, wirklich sehr gut sich zu entwickeln. Es wurden neue Bürohäuser gebaut, es gab Anforderungen, die es vorher nicht gab und es gab Nachfrage nach Dienstleistungen, nach Reinigungsdienstleistungen und das hat mir sehr, sehr geholfen. Und mit dem Know-how aus Amerika habe ich beim gleichen Umsatz einfach um einiges mehr verdient als meine Mitbewerber. Später, wo Sie dann gemerkt haben, das funktioniert, Mitarbeiter werden mehr, Umsatz kommt, Gewinn kommt, dann war immer noch die Situation, dass Sie gesagt haben, kein Fremdkapital. Ja, es gab Zyklen, wo Zinsen sehr hoch sind. Ich kann mich erinnern, dass Kredite fast nicht zu bekommen waren, Ertragszinsen von 14 bis zu 14 Prozent bezahlt wurden. Wir haben Geld gespart und ich habe die Eigenschaft gehabt, bis heute Geld erst auszugeben, wenn man es hat, wenn man es verdient hat und das hat uns gegenüber den Mitbewerber in eine wesentlich bessere Situation gebracht. Man muss natürlich unterscheiden, in welcher Branche man tätig ist. Wenn man in einer Papierfabrik investiert hat, das heißt, man muss investieren, da muss man Fremdkapital. Da wollte ich die Frage herstellen, ob Sie sagen, in manchen, weil ich denke mir auch in manchen Branchen, ohne Fremdkapital, stelle ich es mir schwierig vor. Wenn Sie ein Hotel betreiben wollen, dann werden Sie es kaufen müssen und da wird es auch ohne Fremdkapital nicht geben. Das heißt, es wird branchenabhängig sein, wo man oft große Mengen an Fremdkapital benötigt und dort, wo man kleine oder ganz selten gar kein Fremdkapital will. Heute wird jeder am Anfang versuchen, einen Anfangsstaatkredit zu bekommen, um die ersten Hürden zu bewältigen. Das ist verständlich und auch nicht falsch zu verstehen. Man muss nur sehr aufpassen, dass die Relation Verschuldung und Ertrag in einem akzeptablen Verhältnis sich befindet. Gibt es eine Rechnung, wo Sie sagen, an die könnte man sich halten, so eine Art Leitfaden, wie viel das sein soll? Die Rechnung gibt einem die Saldenbilanz und die Bilanz als solche, da kann man sehr genau erkennen, wie verhält sich Umsatzertrag und Fremdkapital oder Eigenkapital in der Relation, dass es vernünftig ist, einfach die Ertragsrechnung ist zu beachten. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ein Unternehmen hat 100.000 Euro Gewinn im Jahr, wie viel Fremdkapital wäre Ihrer Meinung nach noch im Rahmen? Das kann man so nicht beantworten. Die Frage ist, wofür braucht man das? Wenn man investiert, erwartet man, dass aus dem investierten Kapital man höhere Gewinne erzielt. Das heißt, wenn man in Reinigungsmaschinen oder Roboter, wie wir es tun, investiert, dann erwarten wir Return of Investment in einer absehbaren Zeit und das muss kalkulierbar sein, dass das Investment verdient werden kann. Also das heißt, Sie meinen, da gibt es jetzt keine Überschlagsrechnung, woran man sich halten kann? Ist die jeweilige Kalkulation, ist die Basis, wo man dann investiert und sagt, durch dieses Investment bekomme ich rascher mehr Gewinn und kann auch das Fremdkapital leichter zurückzahlen? Klar, ich meine, man sollte auf jeden Fall, das denke ich mir auch beim Fremdkapital, weil wir haben das zum Beispiel auch gemacht, komplett ohne Fremdkapital. Ich habe keine 3.300 Mitarbeiter, muss ich dazu sagen, ja, noch nicht. Aber selbst da war es so, dass ich bei vielen Konkurrenzunternehmen bemerkt habe, der Start war mit sehr viel Fremdkapital und die hatten dann auch hohe Probleme, Kredite zurückzubezahlen, währenddem ich bei vielleicht gleichem Umsatz das Problem mit den Krediten gar nicht hatte. Es einfach einfacher war, den ruhigen Kopf zu bewahren, auch wenn die Zinsen jetzt wieder extrem in die Höhe gegangen sind. Das war für uns, für die Firma jetzt nicht so der große Unterschied. Ja, wobei ich glaube, die meisten, wenn sie einen Kredit nehmen, wenn sie das Geld hätten, würden sie es eh nicht machen, in den meisten Fällen. Außer vielleicht irgendwie im späteren Verlauf einer Firma, wenn man zum Beispiel sagt, okay, man ist schon recht groß, aber man möchte vielleicht in ein neues Land, ein anderes Land expandieren. Da wird es halt super schwierig, wahrscheinlich ohne Fremdkapital. Die Frage, die ich mir stelle, jetzt das klasse Gegenbeispiel, was halten Sie von Unternehmen, nennen da jetzt keine Namen, die in einem Jahr hunderte Millionen Euro Fremdkapital bekommen, Startups jetzt zum Beispiel, und im nächsten Jahr diese Firmen Tausende von Mitarbeitern entlassen. Sehen Sie da Fehler im Unternehmertum an sich, oder wie würden Sie sowas bewerten? Zu einem ist es sehr erfreulich, wenn ein Startup Geld bekommt, da glaubt man an die Zukunft der Idee. Zum anderen ist es ganz wichtig, dass man Verantwortung gegenüber Mitarbeitern behält. Das heißt, dass der sichere Arbeitsplatz ist ein ganz wesentlicher Faktor auch für den Erfolg des Unternehmens. Wenn sehr viel Fremdkapital ins Unternehmen investiert wird und es geht dann schief, dann ist das sehr, sehr traurig. Und es ist noch unangenehmer, wenn man mitarbeitet, die gemeinsam mit einem selbst ein Ziel verfolgen, wenn man sich da trennen muss. Das ist sehr, sehr schade und sollte nicht der Fall sein. Gibt es da Meinungen von Ihrer Seite, wie man sowas verhindern kann? Also, dass man vielleicht das Unternehmen nicht so extrem hoch bewertet, um dann wieder diesen Fall vielleicht ein bisschen abzudämpfen? Da gehören ja zwei dazu. Der eine, der das Unternehmen bewertet, in der Immobilienbranche, ist ja teilweise sehr hoch bewertet worden. Und auf die sehr hohe Bewertung hat es dann sehr hohe Kredite gegeben. Und da ist die Frage gewesen, war die hohe Bewertung wirklich so richtig? Gerade jetzt in der jüngsten Vergangenheit ist das ein Thema geworden in der Immobilienbranche. Zum anderen ist auch zu überlegen, wenn man Fremdkapital bekommt als Start-up, wofür investiert man es? Wie setzt man es ein? Riskiert man zu viel oder gibt es ein überschaubares Risiko für das Unternehmen, für einen selbst und für die Mitarbeiter? Würden Sie empfehlen, wenn man jetzt, also ich denke an die Geschichte, dass Sie vorher in Amerika waren, dass Sie sich das Ganze mal angesehen haben, würden Sie eher empfehlen, was komplett Neues zu probieren, was es so vielleicht noch nie gab? Oder bei einem anderen Unternehmen mal schauen, was ist das für eine Firma, wie funktioniert das und versuchen, dieses Konzept dann zu verbessern? Es ist sehr, sehr wichtig, dass man ständig wissbegierig bleibt, lernt, sehr viel liest, auch internationale Publikationen und auch Medien liest, dass man reist, andere Länder kennenlernt, andere Unternehmen kennenlernt. Da ist die österreichische Wirtschaftskammer ein sehr guter Unterstützer. Es gibt immer wieder Wirtschaftsmissionen in andere Länder, wo man Kontakt durch den Handelsdelegierten zu B2B-Gesprächen bekommt, etwas lernen kann, vielleicht auch das eine oder andere umsetzen kann, Investitionen. Ich selbst bin 1991 in die damalige Tschechische Republik gegangen und habe dort die RAIWAG gegründet. Wir beschäftigen derzeit ca. 3300 Mitarbeiter. Die Geschichte klingt ja so ein bisschen wie das amerikanische Traum vom Tellerwäscher zum Millionär. Haben Sie damals gedacht, wo Sie dann mit dem Auto unterwegs waren, dass das wirklich mal so groß werden kann? Nein. Ich habe ein Ziel gehabt. Ich wollte einfach erfolgreich arbeiten und wollte Unternehmer werden, aber ich habe mir damals nicht vorstellen können, dass so ein Erfolg möglich ist. Das war dann wahrscheinlich ein spannender Gedanke, zurückzublicken. Okay, nein, hätte ich das vor 30 Jahren gewusst. Es gab noch eine Zäsur in meinem Unternehmerläden, wo es fast schiefgegangen wäre. Ich habe eine Zeit lang so viel gearbeitet, dass ich nicht nur Gastritis bekommen habe, sondern es wäre demnächst ein Magengeschwür geworden. Ich konnte in der Früh das Frühstück nicht mehr halten, wurde immer nervöser. Da verdanke ich einem sehr guten Freund, der übrigens heute Geburtstag hat, dass er gesagt hat, du musst jetzt zu mir kommen, Mittagessen. Da konnte ich beim Mittag, oder hat er mich unter Anführungszeichen gezwungen, aber intensiv motiviert, mit ihm Mittag zu essen. Und das hat mein körperliches und seelisches Gleichgewicht wieder ausgeglichen. Und ich konnte früher oder später wieder normal arbeiten. Wäre das nicht passiert, hätte ich mit Sicherheit oder mit einiger Wahrscheinlichkeit gesundheitliche Probleme bekommen, wo ich nicht weiß, wie sie geendet hätten. Wie viele Stunden haben Sie da gearbeitet damals pro Woche? Ich bin das öfter um 4.30 Uhr aufgestanden und das öfter und kaum vor 22.00 Uhr, 23.00 Uhr schlafen gegangen, weil es einfach so viel zu tun gab. Also wirklich den kompletten Tag, so fünf, sechs Stunden schlafen vielleicht? Jahrelang keinen Urlaub, aus der Sorge oder Angst heraus, wenn mir etwas passiert beim Skifahren, dann ist die Firma kaputt. Okay, also so ein bisschen Paranoia sozusagen auch, wenn etwas passiert, dann ist aber alles umsonst. Richtig. Ja gut, ich meine, ich glaube, das kann man sich schwer vorstellen, wenn man nicht in der Situation ist, was es bedeutet wirklich. Also ich stelle mir das von der Verantwortung immens vor, man kommt in eine Firma mit hunderte, tausenden Mitarbeitern. Die Mitarbeiter haben Familie, Kinder, das heißt, da hängen 5.000, 6.000, 7.000 Personen an dem Unternehmen sozusagen und man selber ist der, unter Anfangszeichen, Hauptverantwortliche, wobei man natürlich ab einer gewissen Größe ist das ja natürlich alles untergeteilt, aber dass da schon ein gewisser Druck herrscht, dass das wirklich langfristig funktionieren sollte, sonst haben diese Mitarbeiter natürlich dann keine Jobs mehr, das stelle ich mir schon herausfordernd vor. Das waren die Anfangsprobleme. Ich habe dann, sobald ich es mir leisten konnte und es sinnvoll war, den ersten auch leitenden Mitarbeiter eingestellt, damit die Abhängigkeit von mir nicht mehr gegeben ist. Damit das geringer wird, ja. Das wäre auch nicht verantwortungsvoll gewesen und das hat sich dann sehr gut bewährt. Und heute sind die verantwortlichen Mitarbeiter bis hin zur Reinigungskraft die Stütze des Unternehmens und wir wissen, das ist das Kapital des Unternehmens und versuchen das auch zu fördern, sowohl in Schulungen als auch, ist mir vor einiger Zeit die Idee gekommen und ich habe die Reibach Foundation gegründet. Was ist darunter zu verstehen? Jede Reinigungskraft, die ihr Kind an die Universität schickt oder in eine Fachhochschule, bekommt von uns sofort 1000 Euro netto als Anerkennung dafür, dass das geschieht, was in meinen Augen ungeheuer wichtig ist, nämlich Bildung zu fördern. Bildung ist die Basis schlechthin für eine gewisse Lebensqualität und wenn das Kind fertig ist mit dem Studium, gibt es hier wieder eine Einladung und es gibt für die Eltern noch einmal 1000 Euro netto. Wir haben einen eigenen Fonds gegründet, gerade Reinigungskräfte, die wirklich nicht sehr viel verdienen. Wenn die bereit sind, auch hier etwas zu tun, was Geld kostet, dann gehört das belohnt. Bildung ist ein ganz wichtiger Baustein für die Familie, für ein ganzes Land, für die Wirtschaft. Ja, das denke ich mir auch. Ich glaube, viele Probleme werden mit Vielbildung schnell oder einfacher gelöst, wie mit manchen anderen Mitteln, die gern verwendet werden, aber halt offensichtlich nicht zum Ziel führen. Das denke ich auch. Ich habe 2003 noch ein Projekt gestartet. Ich war 20 Jahre lang Vorsitzender des Wirtschaftsforum der Führungskräfte in Wien. mir ist vorgekommen, dass gerade Lehrkräfte Wirtschaft nicht so ganz unterrichten, wie wir es in der Wirtschaft gerne hätten. Das hat verschiedene Gründe. Ich lud damals eine Hauptschuldirektorin aus dem 10. Bezirk ein und habe ihr die Firma nahegebracht. Die Direktorin war sehr davon angetan und hat dann Lehrkräfte hergeschickt zu uns in die Raiwag. Und wir haben ihnen die Firma gezeigt, dann können wir noch Schüler. Dann hatte ich die Idee, das eine breitere Basis zu stellen und ich habe im Wirtschaftsforum der Führungskräfte vorgeschlagen, dass wir Unternehmen nominieren, die jedes Jahr bereit sind, Lehrer einige Tage durch die Firmen zu begleiten, damit sie einfach sehen, was heißt Wirtschaft. Wirtschaft heißt, wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es den Menschen gut. Wenn wir Geld verdienen und zahlen, wir steuern, schaffen wir Arbeitsplätze und investieren. Das ist eine sehr positive Tätigkeit. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Vor einigen Jahren habe ich Präsident Walter Ruck von der Wiener Wirtschaftskammer ersucht, ob er mitmachen möchte. Das geschieht und die Wirtschaftskammer Wien unterstützt das sehr intensiv. Und erst in dieser Woche haben wir in der Raiwag wieder drei Lehrkräfte gehabt, die wir drei Tage lang durch unsere Firmen begleitet haben, uns informiert haben und gezeigt haben, was wer wo tut. Und waren sehr glücklich und haben viel gelernt. Und diese Freude an der Wirtschaft ist so wichtig, dass sie auch ihren Schülern diese Freude versuchen weiterzugeben und vor allem das Interesse. Eines meiner Erfolgserlebnisse war, wie mich ein Lehrer angerufen hat, Herr Wagner, was glauben Sie, jeden Freitag lesen wir eine Wirtschaftsseite der Presse mit meinen Schülern. Wirklich. Das ist ein wunderschönes Kompliment, denn wenn Sie heute sehr oft Schüler fragen, was sie über Wirtschaft wissen, da ist das erschreckend wenig. Die wirtschaftliche Bildung und auch die politische Bildung wird nicht in dem Maß vermitteln, wie es Österreich und der österreichischen Wirtschaft und den Menschen gut tun würde. Woran glauben Sie liegt das, dass es da ein Defizit gibt bei der Wirtschaftsbildung? Es gibt Schulen, wie Handelsakademien, Handelsschulen und andere Schulen, die sehr stark wirtschaftlich orientiert sind. Aber es gibt sehr viele Schulen, wo Wirtschaft kaum vorkommt. In manchen Schulen versteckt sich hinter Wirtschaftswissen das Wort Geografie. Das sind zwei komplett getrennte Begriffe in meinen Augen. Es wird die Wirtschaft zu wenig gelehrt. Da muss man aber wieder Lehrer begeistern, dass sie das tun wollen. Und daran liegt es vielleicht auch. Ja gut, wenn der Lehrer selber nicht davon begeistert ist, das hätte ich zum Beispiel, also in den höheren Schulen, also ist das sicher immer so, aber das sehe ich auch so, dass es in Grundschulen auch sein sollte, dass man eben wirklich sagt, okay, man bildet die Kinder von klein auf auch schon in wirtschaftlichen Bereichen. Vielleicht hat man dann den ein oder anderen Unternehmer mehr, der immer wieder Arbeitsplätze bringt. Sie haben vollkommen recht. Genauso sollte es sein, sollte mehr gemacht werden. Oft ist es ja so, aktuell ein bisschen sogar negativ. Man liest gern, uh, der und der Unternehmer ist gescheitert, wie blöd war der nicht. Und er war jetzt wieder ein gutes Beispiel. Da ist man eher immer sehr gegen diese Leute, anstatt dass man sagt, okay, für eine gewisse Zeit wurden aber Arbeitsplätze geschaffen. Was würden Sie Unternehmen empfehlen oder welche Tipps könnten Sie einer Firma geben, die versucht eben, ja, sich zu erweitern, aufzubauen und generell den Umsatz zu erhöhen? Es kommt im Wesentlichen darauf an, in welcher Branche man tätig ist. Und je nach Branche ist es wichtig herauszufinden, was macht der Wettbewerb und was könnte man besser und erfolgreicher machen als der Wettbewerb. Und wenn man darauf eine Antwort hat, dann sollte man überlegen, etwas zu tun. In genau diesem Bereich, wo vielleicht woanders das Defizit herrscht. Sie kennen vielleicht das Beispiel, zwei Wanderer gehen in Alaska und sehen in einiger Entfernung einen Bären. Der eine Wanderer zieht sich blitzschnell Laufschuhe an, sagt der andere, was soll das, der Bär ist doch schneller als wir. Der Bär kann im Durchschnitt bis zu 60 Kilometer laufen pro Stunde, sagt ihm sein Kollege, ich brauche doch nur schneller sein als du. Das ist gut. Das ist gut, ja, das stimmt. Außer der Bär hat viel Hunger. Dann wird er sich aber zuerst einmal mit einem Stück heute zufrieden geben. Und dann hat er viel Vorlauf, ja, das stimmt. Den hatte ich nicht. Das ist ein guter Spruch, ja. Und irgendwelche Fehler, die man auf jeden Fall vermeiden sollte als Unternehmer? Da wird es wahrscheinlich viele Learnings geben von Ihrer Seite aus. Man soll nicht glauben, dass man alles besser weiß. Man soll immer wieder lernen, lernen, lernen und eigentlich demütig sein über das, was man erreichen durfte. Das spielt auch die Gesundheit eine immense Rolle. Denn gerade, das funktioniert eigentlich nur dann, wenn man gesund ist. Und man sollte Respekt haben vor anderen Menschen, egal was der andere tut. Wenn er es ordentlich tut und die richtige Einstellung hat, verdient jeder Mensch Respekt. Dann hat man auch die Chance, dass der Respekt zurückkommt. Und dann wird er das Miteinander, das Gegeneinander unterstützt. Ja gut, das fehlt. Ich glaube, das fehlt auch oft. So der Respekt vor anderen, vor Mitarbeitern, vor anderen, generell vor anderen Personen. Ich habe mal einen Spruch gelesen, oder das war von einem, eigentlich, ein ehemaliger, von einer Firma, wo ich den Geschäftsführer auch kenne, der gesagt hat, wenn er einen Mitarbeiter rekrutiert, schaut der Mitarbeiter, wie der, also der Mitarbeiter weiß das nicht, aber der Geschäftsführer schaut, wie der Mitarbeiter mit dem Empfangspersonal umgeht. Und zum Beispiel auch, wenn zufällig jemand von der Reinigung da ist, wie der mit der Reinigungskraft umgeht. Wenn der abwertend ist und besserwisserisch und überheblich ist, ladet er ihm gar nicht mehr an. Das ist ein sehr weiser Zug. Ich habe eine These aufgestellt, die unabdingbaren Eigenschaften einer Führungskraft sind drei Eigenschaften, von denen ich glaube, dass sie unabdingbar sind. Das ist Charakter, Wissen und Können und Fleiß. Charakter merkt man eigentlich erst sehr spät, wenn er nicht so ist, wie man es sich vorgestellt hat. Unter Wissen und Können subsummiere ich Ausbildung und alles, was dazugehört mit Wissen. Und Fleiß ist, wenn man es eigentlich sich bemüht, so viel wie möglich zu leisten. Man soll nicht zu viel leisten, sonst geht das, wie es mir auch passiert, in gesundheitliche Probleme über, sondern es sollte ausgehen, ausgeglichen sein zwischen Privatleben, Familie und Unternehmen. Aber wenn nur eine einzige Eigenschaft, Charakter, Fleiß oder Wissen und Können nicht vorhanden ist, ist das keine brauchbare Führungskraft. Warum? Was nützt der beste Charakter, wenn er nichts tut? Was nützt der beste Charakter, wenn er nichts kann? Was nützt der tüchtigste, wenn er einen schlechten Charakter hat? Der wird sich irgendwann gegen das Unternehmen wenden. Was nützt der tüchtigste, wenn er nichts tut? Was nützt der fleißigste, wenn er einen schlechten Charakter hat? Was nützt der fleißigste, wenn er nichts kann? Also das sind für mich die unabdingbaren Eigenschaften einer Führungskraft. Das stimmt eigentlich. Das ist auf den Punkt gebracht eigentlich die Skills, auf die es dann ankommt. Da konnte ich auf jeden Fall einiges mitnehmen. Das freut mich sehr. Ich denke, das wird den Zuschauern auch so gehen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Gerne. Falls es euch gefallen hat, bitte gerne abonnieren, liken, kommentieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielleicht wieder mit dem Herrn Wagner. Schauen wir mal, wie wir es hinbekommen. Wird mir eine Freude sein. Schauen wir mal, wie wir es hinbekommen zeitlich. Bis zum nächsten Mal. Danke Ihnen vielmals. Dankeschön.